Wie lautet unser Ziel? Rembe, Prilon. Konsequentes Wachstum. 50% mehr Mitarbeiter, den Umsatz in den letzten Jahren verdoppelt. Ja, so stelle ich mir ein erfolgreiches Unternehmen vor. Zielführung starten. Wir sind heute mit der Results-Nahaufnahme bei der Firma Rembe in Prilon. Die haben 300 Leute weltweit. Ich frage mich immer, wie kommst du an die ganzen Mitarbeiterinnen? Ja, und die sagen noch nicht mal Mitarbeiterinnen, sondern Familienmitglieder. Rembe hat Kunden auf der ganzen Welt und ist seit gut 50 Jahren im Explosionsschutz tätig. Wie ich mir das vorstellen kann, schauen wir uns heute an. Da willst du auch nicht stehen. Wahnsinn. Gucken, ob wir heute da live dabei sein dürfen. Das ist mal so ordentlich rumst. Um was es beim Explosionsschutz geht, erklärt mir heute der CEO von Rembe. Stefan, Explosionsschutz, ist das nicht ein Nischenprodukt? Ja, auf jeden Fall. Also das passiert jetzt nicht alle Tage, so eine Explosion. Aber wenn es soweit ist, dann kann das wirklich tödlich sein. Das kann ganze Anlagenteile, ganze Fabriken zerstören. Und da tun wir unser Bestes, dass das erst gar nicht so weit kommt. Wie entwickelt ihr jetzt die Produkte? Jagt ihr jetzt einfach Sachen in die Luft? Ja, absolut. Anders geht es nicht. Wir müssen das live ausprobieren, denn nur alleine die Theorie reicht nicht. Man muss auch mal wirklich gucken, wie verhalten sich die Schutzsysteme unter extremsten Bedingungen. Und da passieren manchmal auch ganz schön krasse Sachen. Wenn du willst, wenn du Zeit hast noch, dann können wir uns gerne mal was angucken. Ich würde sagen, los geht's, zu unserem Forschungszentrum, gucken wir uns mal was an. Ja, 1973. Da hat mein Vater das Unternehmen gegründet. Hat erst mal als One-Man-Show angefangen, so klassischer deutscher Mittelstand. Und ja, dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Wir sind international mit unseren Kunden gewachsen. Wie hat sich jetzt der Standard-Prelon verändert? Und wie ist er gewachsen in den letzten Jahren? Ja, Jürgen, pass mal auf. In den 70ern, da war das hier quasi das Ende der Welt. Zumindest konnte man das von hier aus ganz gut sehen. Und da kam hier noch nicht mal ein Paketdienst hin. Wir hatten noch nicht mal E-Mail oder Telefax oder Telex. Alles noch per Brief. Und da haben wir wirklich überlegt, zumindest mein Vater hat überlegt, ob er diesen Standort hier aufgibt und sagt, ich gehe irgendwo eher nach Frankfurt oder Stuttgart in die Industriezentren oder ins Ruhrgebiet. Und heute kann man sagen, ist ein Vorteil. Also gut, dass wir hier geblieben sind. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was du uns jetzt zeigst. Ja, wir hatten ja vorhin schon das Thema Explosionsschutz. Und da muss man sich jetzt vorstellen, dass wenn man Anlagenteile hat, die geschlossen sind, also hier so ein Behälter, ein Silo, eine Förderanlage, und da ist Staub drin oder vielleicht auch sogar entzündliche Gase. Und da kommt es irgendwie zu einer Zündquelle, die das Ganze zum Explodieren bringt. Dann würde normalerweise die ganze Anlage wirklich in die Luft fliegen. Und was wir machen, ist, wir bringen ganz kontrolliert Schwachstellen rein, mit sogenannten Berstscheiben, das zeigen wir dir nämlich gleich, die dann kontrolliert diesen Überdruck der Explosion rauslassen. Dass also nicht das Ganze kaputt geht, sondern nur unser Produkt kaputt geht. Aber es geht ja nicht kaputt, sondern es macht seinen Job. Es lässt kontrolliert den Druck raus. Und dann kann man einfach das Teil wieder wechseln. Und ein paar Stunden später geht es weiter. Der Behälter selbst hat eine Explosionsdruckfestigkeit von 16 Bar. In diesem Fall haben wir auf der Rückseite des Behälters eine Adapterplatte installiert, wo wir eine Berstscheibe prüfen werden. Und diese Sollbruchstelle sorgt dafür, dass sie wie eine Tür öffnet, nach unten wegklappt und den ganzen Querschnitt als Druckentlastungsfläche freigibt. Das heißt also, die reißt an diesen drei Stellen auf und klappt nach unten weg. Okay, gut. So, dann, warte mit. So, dann geht's los. Achtung! So, drei, zwei, eins, start! Jesus! Ein ordentlicher Rums. Noch Fragen? Nee, keine Fragen. So, und da muss man ernst mit umgehen mit der Sache. Ja, aber es qualmt jetzt aber auch ganz schön hier. Ja, das ist ein Verbrennungsprozess. Ja. Da musst du was verstehen. Ich sag das immer salopp. Explosionsschuss ist, wenn die Hose flattert. Ja, die hat eben geflattet. Wie wichtig ist Explosionsschutz für die Unternehmen? Ja, extrem wichtig. Du hast ja gesehen, dass in wenigen Millisekunden alles zerstört werden kann, wenn man nicht entsprechend gute Schutzmaßnahmen integriert hat. Das ist also nicht wie im Brandschutz, da hast du vielleicht noch genug Zeit zu löschen, wegzulaufen, sondern hier müssen wir wirklich in Millisekunden reagieren und dafür sorgen, dass keinem Menschen, keine Maschinen und selbstverständlich auch die Natur nicht zu Schaden kommen. Rembe, Safety is for Life. Ich sehe, ihr setzt das Motto auch genauso um. Wie kommt ihr an diese ganze Innovationskraft? Wie entwickelt ihr euch weiter? Ihr seid enorm gewachsen. Wo kriegt ihr denn die Leute überhaupt her? Ja gut, das ist schon nicht ganz einfach, vor allem hier auf dem Land, entsprechend gute Leute zu bekommen. Aber wenn wir die einmal haben, dann machen wir die auch quasi zu Mitunternehmern. Also wenn die einmal Rembe-Familien-Mitglied sind, kurz RFM, sind die auch Mitunternehmer und auch Miterfinder, wenn du so willst. Und daher holen wir auch diese Innovationskraft. Wir haben so gesehen 300 Erfinder. Ist das jetzt so ein sauerländisches Geheimrezept? Lebensqualität stimmt, Arbeitsqualität stimmt, rum die Bude. Da bist du schon ziemlich nah dran. Das ist absolut so. Und nicht vergessen, Brilon ist quasi das Work-Life-Balance-Mekka. Also wenn du hier arbeitest, wenn du hier lebst, wenn du hier wohnst, wenn du hier Freizeitaktivitäten hast, dann hast du eigentlich alles geschafft. Und wie sieht euer idealer Mix von Lebens- und Arbeitsqualität aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare.